Um Gottes Willen Oh Gott War das Kacke oder war das Kacke? Alter Jetzt erstmal den ganzen Stuff finden hier So, das war noch mit Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott Ja, das ist nicht gut Ich sollte mich mal heilen, ich werde mal den Riegel essen Noch ein, so Okay, dann sind wir wieder einigermaßen auf dem Damm So, Forschungsmaterial nehme ich natürlich mit So Das heißt, das Stahlrohr ist zwar gut für den Anfang für paar kleine vereinzelte Aber es bringt halt nichts gegen so eine Masse, weil Ist halt scheiße, du wirst halt angegriffen und Bist halt ratzfatz weg Man hat es jetzt gesehen So, das heißt, wir müssen Unsere, also unsere Aufgabe ist es quasi jetzt erstmal Bevor wir dann auch irgendwie erstmal anfangen zu erkunden und so Uns vorzubereiten auf die nächste Nacht Das ist jetzt erstmal die Priorität und die Prämisse, die ich habe Hier angehen sollten Das heißt, wir bräuchten jede Menge Holz Wir haben uns ja die Wand eingerissen Sprich, ich weiß ja noch nicht, ob das unsere richtige Bude hier wird Ich meine, die ist schon ganz geil Oh Da ist noch ein kleiner Überbleibsel Alles hier Ein kleiner Über... Oh, guck mal hier Oh Geh doch mal tot, Mann Ich wollte es gerade sagen So Und da liegen noch die ganzen Säcke Guck mal hier Alles nehmen Alles nehmen Was ist mit ihm? Ist ja aufgebracht, der junge Mann Komm doch mal hier lang Ja Ich baue auch gleich, Mama Wie doof du bist Ja Doof gelaufen So Ich weiß auch nicht, ob das unsere Finale Base wird Die ist ganz cool Ich hätte gerne eine auf dem Wasser Ich weiß halt nicht, ob es hier Wasser gibt Na Aber fürs Umziehen ist halt jetzt erstmal blöd, weil Wir müssten dann erkunden und so Da scheint Wasser zu sein Da Da müsste man sich eine Base bauen oder so Das wäre ganz geil Schön so mit so einer Brücke Und dann irgendwie so dir runterlassen kannst Das wäre ganz geil Ich weiß nicht, was da ist Ähm Tja, ich bin ganz ehrlich Ich weiß nicht Kann ich äh Alles abreißen Wie reiße ich eigentlich Sachen ab? Äh Ist das nicht mit der 5? Mit der Axt? Geht das? Oder war es mit dem Hammer? Reiße ich eigentlich Sachen ab? Geht das irgendwie? Äh Warte mal Oh, die wäre natürlich sexy, ne? Aber da brauchen wir Stahl, Eisenbarren und so ein Kram, ne? So eine Falle Oh, das wäre schon schön Oder sowas Hui, da brauchen wir aber Eisen Eisen weiß ich noch nicht genau, wo wir es herkriegen Die Falle hatte ich glaube ich schon mal im Stream gebaut Und da habe ich auch Eisen bekommen Ist ja auch schick Ist ja auch echt schick Wie? Ja, lange Rede kurzer Sinn Das heißt, wir müssen auf kurz oder lang Ich muss erstmal den Bogen reparieren Haben wir da eigentlich irgendwie eine Möglichkeit für? Auf kurz oder lang müssen wir zusehen, dass wir ähm Reparatursatz Machen wir mal zwei Stück Dann würde ich gerne den Bogen reparieren Wie mache ich das denn? Hier, ne? Ah ja, genau, reparieren So, das Rohr reparieren Dann ist es auch wieder fertig Sehr schön Ähm Ja Frage ist halt, wir haben halt schon jede Menge Stuff hier, ne? Gar keine Frage Ähm, auch Munition für Waffen und so Wird das Leben natürlich um einiges erleichtern Ich würde vielleicht Spaß, dass wir einfach mal den Research Table bauen Wir brauchen aber auch Eisen Ich weiß halt nur nicht, wo wir Eisen Wo wir Eisenpopeisen herkriegen Müssen wir mal gucken Habe ich hier irgendwas zum Einsortieren? Ich gucke mal eben Ähm, Forschungsdaten Da Bin auch schon voll, leck mich fett Ähm, was haben wir sonst noch? Ähm, Munition So, hier haben wir noch Ach guck mal, Baumstamme hätten wir noch hier gehabt Und So, das hier rein, das hier rein Das hier rein, das kann da rein Hier schon können wir mal essen, ne? Oder? Kann ich essen? Achso, ich bin im Dingsmenü wahrscheinlich deswegen Äh, Ranke Das kann da rein Hakel haben wir auch noch So viel Stuff Seil, Ranke, Blatt Stein Das ist Eisen Ah ne, Stück, ja doch, Stück Eisen haben wir schon 14, können wir sogar schmelzen, wenn wir eine Schmelze hätten Ähm Den hab ich da auch schon Da ist Seil, den hab ich da auch schon irgendwo gesehen, ne? Der ist hier Der ist da Was war denn das? Gummi Hier ist, äh, Stoff drin Können wir da das so ein bisschen sortiert haben Genau, wir haben ja noch die Pickaxe und die Äh, das Messer, was noch blau ist Das haben wir ja, das nutzen wir ja tatsächlich schon So, das war glaube ich Genau, das war Ast Gleisen Genau Ja Vielleicht noch ne Kiste den nächsten bauen, mal gucken Ich weiß noch nicht, schauen wir mal Reicht ja erstmal ein Inventarplatz, gar kein Problem Wir können uns ja auch, äh, ausrüsten noch Ähm, so, jetzt die Frage aller Fragen Was? Was war das denn? Forschungsmaterial, äh, was brauchen wir denn für ein Forschungstable? Lass doch mal gucken, ähm Wo haben wir ihn denn? Werkbank, Werkbank, äh, hier, Forschungstisch Sechsmal Seil, vier Nägel haben wir Zwei Holz, zwei Holzbretter So, warte Zwei Holzbretter War das denn mit dem Aufteilen nochmal? Das ging irgendwie Wie war das nochmal? Man musste irgendeine Taste gedrückt halten, glaube ich Oder? Hälfte Vier Zwei, so Zwei Holzbretter Dann, was war das noch? Äh, zweimal Holz Ah, hier sind auch Holzbretter drin Hä, was mach ich denn? Warte mal Kann ich das doch hier reintun So, zweimal Holz Äh, ein So, genau Man muss die Tasten, die hier unten stehen, gedrückt halten So, genau Man muss die Tasten, die hier unten stehen, gedrückt halten Die vier Nägel Und dann brauchen wir jetzt noch, äh, sechsmal Seil Wo haben wir das Seil? Tch 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 Sechsmal Seil So, warte, äh Eins, zwei Fünf, sechs So, dann haben wir alles Dann können wir jetzt den Forschungstisch bauen Äh, ich weiß noch nicht wohin Im Schlafzimmer Vielleicht nicht aufm Bett Geht sogar Wenn wir wollen würden Aber Ich finde, da ist doch ein schöner Platz Wenn das geht, oder? Ah, ist alles so ein bisschen eng hier Alles ein bisschen eng bemessen Vielleicht hier Gehen wir den hier noch hin? Äh, warte mal, wie kann man das denn nochmal Rotation ändern? Schnappen, höher, niedriger Man konnte das irgendwie ändern, mit irgendeiner Taste Ne, das war Snappen Snappen soll er nicht Snap, I got the power Irgendeine Taste konnte man drücken, dann ging das ein bisschen langsamer Wie war das denn nochmal, verdammt Wenn man so eine längere Pause hat, ist immer blöd Ach, Mist Nein, nicht abbrechen Passionswinkel Wo war das Maustaste? Ah, Maustaste Okay, hab ich das gelegt Alles klar, okay Das sollte ich mir merken Bild nur, dass es genau in der Tür steht, ne? Aber ich kann das ein bisschen in die Wand bauen, das ist gut Dann nimmt das jetzt nicht so viel Platz weg hier vorne Ja, das ist doch Ach guck mal, da kannst du doch trotzdem noch rausgehen Trotzdem die Tür noch schließen Ja, das ist supi Forschen So, dazu brauchen wir aber erstmal Ach du Heilige Ich hab's gesehen Ich, äh, hole erstmal die Forschungssachen Äh, alles, alles 258 Forschungsmaterial Holisch, ich weiß nicht wie viel das ist Werden wir ja jetzt sehen Überleben Was? Forstarbeiter Zerstörung von Bäumen 20% zusätzlichen Schaden Das ist natürlich sehr geil Anfängerporter Widerstandskraft Okay Plus 12 Inventarplätze Holy Shit Was haben wir noch? Fertigkeiten Lebeband Absol Was? Ingenieur Achso, da kriegen wir dann wahrscheinlich die Sachen, ne? Die da sind Schätze ich mal Okay Schmied Neuer Schmied Fahrzeugingenieur Kampf Ach du Heiliger Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott Zubehör Anfängertaucher Jogger Anfängerboxer Ähm Neuling Juniorbaumeister Material für Gebäude aus Holz Minus 20 Nehme ich Forschen So, was kostet uns das denn immer? Steht das da? Ach 50, okay Schon teuer Glaube ich Aus Stein Nehmen wir auch Dann haben wir noch 138 jetzt, ne? Schneller Abriss Abrissgeschwindigkeit Okay, ne Ich würde gerne Was hätte ich denn noch? Hier Mehr Schaden an Bäumen ist ganz gut Für 25 Schaden an Stein Was ist das? Angriffstempo mit der Holzwelleachs Plus 10 Was ist das? Animal Pedia Biber Wird verwendet Um Forschung herzustellen Forschen Holzfällerei Experte Erhalten Kirche Koordinaten Okay Mach ich mal Achso, das brauchen wir Achso, das brauchen wir Wir brauchen die Den Biber oder was Ach du Heiliger Der ist in der Ach, da sind die Koordinaten Achso Ach du Heiliger Ja, da müssen wir in die Kirche gehen Um das Okay Ähm Zusätzlichen Inventarplatz Finde ich immer gut Egal, was ist das? Geschwindigkeit zur Fertigstellung Ja, okay Was haben wir sonst noch? Äh, Ingenieur Abverwend Dann kriegen wir das Ja, weiß ich jetzt noch nicht Schaden plus 2 Jo, machen wir Rekrut Schaden mit Fährkampfwaffen Da brauchen wir aber Ah, guck mal, Robin Hood Haben wir doch Haben wir das nicht? Das haben wir doch, glaube ich, oder? Wo war denn das? Hier, Robin Hood Haben wir sogar Können wir machen Komm, let's go So Äh Warte, wo war denn das jetzt? Das war Ne Äh, Moment Hier, Rekrut Jo, machen wir Forschen, okay So, was haben wir denn hier? Äh, Fertigkeit, Ziel Nachkampfgeschwindigkeit Fernkampfwaffen plus 10 Da brauchen wir aber auch nochmal irgendwie was Angriffstempo plus 2 Kost 20 Nehme ich mal So, was haben wir denn sonst noch hier? Anfängerwächter Erhaltende Schaden minus 2% Ist natürlich auch ganz geil Könnte man mal nehmen Neuling Bereitschaftspolizist Bewachungspunkte Regeneration Haben wir denn irgendwas um schneller zu leveln? Gibt sowas auch? Achso, Angelgröße Okay, Baumeister Upgrade-Geschwindigkeit plus 15 Auch geil Materialien für Gebäude aus Eisen Minus 20 Das machen wir mal Oh ne, Mist Da brauchen wir 100 Shit, haben wir nicht Verdammt Äh, dann machen wir wieder das Was ist denn das hier? Motor kriegen wir dann Natürlicher Mensch Okay Ähm, jetzt sind wir ein bisschen auf Kampf gegangen Was ist das hier? Taucher ist wahrscheinlich Luft anhalten Bewegungsgeschwindigkeit plus 7 kostet 40 Wir haben nur noch 28, sehe ich gerade Ausweichrate plus 5 Die Jäger Okay Ich würde mir die einfach mal, äh, behalten Die Forschungsmaterialien Die restlichen Äh, und dann So, Stück Eisen haben wir ja auch noch Das packen wir mal hier rein So Dann machen wir das mal so Genau Wir haben wieder einen Inventarplatz Hier ist noch größer jetzt Super, sehr schön Äh, ja Unsere Aufgabe liegt jetzt darin Uns vorzubereiten Auf das, was da kommt Es wird sogar Tag schon Oh mein Gott Oh ja Der nächste Morgen bricht an Ähm, das heißt wir müssen zusehen Dass wir irgendwie eine Schmiede bauen Steinbruchmaschine Kann Steine erzeugen Kann Erze erzeugen Oh mein Gott Das wäre ja geil Kann Öl erzeugen Sehr schön Wir brauchen jetzt eine Schmiede, ne? Äh, was haben wir hier? Ach du Heiliger Was gibt's denn da noch alles? Angelplatz Werkbank Ausrüstung Maschinentisch Planische Geräte hergestellt werden Elektronikwerkbank Wo kriegen wir denn eine Schmiede her? Also wo wir Wo wir was brennen können Also so kenn ich das Wo wir das Eisen quasi einbrennen können Das muss doch auch geben, oder? Verarbeitungstisch Aber da brauchen wir immer ein elektronisches Gerät, ne? Ausrüstungspeldingstisch Den haben wir ja Was ist das hier? Das sind keine Schmiede Das sind einfach nur Objekte für Möbel Das ist Strom Das sind Fallen Oh, schön kleine Tierfalle Das sind Fahrzeuge Hä, aber wo schmieden wir denn? Warte mal Machen wir das denn mit Eisenbarren und so? Wo kriegen wir das denn hergestellt? Jederschutz und alles Ach du Heiliger Ist ja doch umfangreicher als ich dachte mittlerweile das Game Ähm Bastelbank Gummizahnrad Upgrade Mist, Forschungsmaterial, Dünger Befordert ein Okay, Upgrade-Tabelle Hier wahrscheinlich auch Stärker Aber wo basteln wir denn? Weil wir brauchen ja Wir brauchen ja Eisenbarren, um was herzustellen Also was mit Eisen Warte mal, wo war dann das mit Fallen? Hier zum Beispiel, hier brauchen wir ja Eisenbarren Eisenbarren herstellen Materialverarbeitungstisch Der ist wo? Materialbank Zementsiegel Eisenbarren hier Den müssen wir upgraden Wie upgraden wir den denn? Holzkohle Wie upgraden wir den Tisch denn? Wie machen wir das? Mit einem Hammer vielleicht? Wir haben glaube ich irgendwo einen Hammer, ne? Hier, warte Gehen wir mal auf die 7 Upgrade mit T Da war grad irgendwas mit T Herstellen? F Nein Da Upgrade Zwei, ne vier Nägel Sieben Stein Fiolzbretter und 20 Blätter Nägel kriegen wir wie? Oh Gott Äh Nägel Da Stück Eisen Hatten wir 14 Stück an der Zahl Stein haben wir auch Blätter haben wir auch Und dann brauchen wir noch Holzbretter, ne? Bin mir nicht sicher ob es reicht Schauen wir mal Nägel war hier Hier Stück Mach ich mal Können wir es jetzt upgraden? Jo Aktualisieren Okay, jetzt wird's größer Was brauchen wir jetzt dafür? Holzbrett, Ziegel und Seil Ein Holzbrett noch, Ziegel brauchen wir Äh, ja, Ziegel Hab ich glaub ich auch schon irgendwo gesehen, ne? Hier aber da war ein von Materialverarbeitungstisch wieder hergestellt Das heißt quasi an Nee Ist das der hier? Jo Stein und Ast Haben wir doch Können wir doch machen Einer Stein Eisenherz Haben wir auch sogar schon vier gefunden Ähm Wie viel kann man denn herstellen? 16 Dann haben wir 17 Wir brauchen Äh, was? Was? Hä? Wo? Hallo Frau Nachbarin, was ist denn los? Was ist denn los Frau Nachbarin? Hä? Was will sie denn? Auf einmal ist sie da Also immer diese unruhigen Nachbarn ist ja unglaublich Mach mal die Tür zu So, ähm Sag mal Was ist denn da schon wieder los? Hallo? Herr Nachbar? Wie doof du bist Also immer diese Nachbarn, unfassbar Also wenn ich hier einfach nur stehen muss und sammeln muss, das wär super Das wär richtig richtig gut Da könnte man auch was reißen, Mann So Darf ich jetzt mal in Ruhe hier Und meinen Forschungstisch mal eben kurz gucken Oder beziehungsweise Äh, meinen anderen Tisch So warte mal, wie upgrade ich das jetzt? Mit dem Hammer und dann auf T Was brauchen wir? Wir haben genug Ziegel Wir brauchen ein Holzbrett noch Und fünf Seile Ein Holzbrett noch Und fünf Seile Holzbrett stellen wir Hier Auch hier her Okay, warte Baumstamm Und fünf Seile, ne? Na Haben wir acht Das reicht So, äh Dann müssen wir noch herstellen Ein Holzbrett So Und dann können wir das wieder upgraden Oh Gott Okay, gut, dass ich hier noch langlaufen kann Das ist supi So, heißt also für uns Wir können jetzt hier endlich auch Ziegel herstellen Eisenbarren Was sehr gut ist Dazu brauchen wir Eisenerz Und Eisenerz Ja, erhalten durch Erz Klar, logisch Natürlich Das heißt, wir müssen farmen Wie viel kriegen wir denn da her? Hergestellt Ein Ast, ein Eis Äh, ein Eisenerz Also wir können vier Barren herstellen quasi Okay Stahlstange Interessant Was brauchen wir denn alles? Wir brauchen Okay, einen Barren brauchen wir dafür Für das zum Beispiel Da brauchen wir auch einen Motor für sich gerade, oder? Eine Fallenmaschine Fallenmaschine Herstellen Werkbank Ist das die Werkbank? Ist das die Werkbank? Nein Ausrüstungs... Was ist denn die Werkbank? Haben wir die schon? Was ist denn so ein Tisch? Ah, hier Maschinentisch wahrscheinlich, ne? Das ist natürlich ganz toll Aber Wir haben ja auch andere Fallen, die wir wahrscheinlich benutzen können Äh, wo sind wir? Da 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 Da